Hey, hey, hey! Einmal Rundstoff-Farm bitte! Willkommen im Höllenfeuer-Bollwerk! Ja, ich bin gerade dabei für Kalsum, der muss ja Schneiderei hochleveln. Und ja, da brauchen wir ganz, ganz viel Rundstoff. Und ich habe was Witziges dabei entdeckt, ja, obwohl die meisten kennen das ja schon. Wenn man höherlevelig ist, kann man in die Instanzen reingehen. Und wie ihr seht, treffen die mich gar nicht. Ab und zu treffen mich mal welche. Da muss ich dann rausgehen aus den Leoparden. Aber bis dahin können wir mal ein bisschen hier durchpacen. Viel Spaß! Kriegen wir ein bisschen Musik jetzt dahinter. ! Bierg3-Bogang Bierg4-Bogang Spiel itshebunion! Spit fürunchy 첫.... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bling bling ist mein Tling Tling. Ja, keine Ahnung, ich habe das glaube ich schon zweimal gemacht bis jetzt. Und jetzt gucken wir doch mal, was die Ausbeute ist bis jetzt schon. 122, 175, ja es ist schon einiges zusammengekommen. Müsste auch jetzt denke ich reichen, bis ich Level 300 bin. Jetzt kill ich noch einmal den Endboss für euch. Dann haben wir schon mal das Bollwerk fertig. Oh, da hat noch einer überlebt. Was ist denn da los? Sauerei! Auf jeden Fall wäre das dann schon mal die erste Instanz in meinem Random Shit Instanz zeigen. Ähm, ich werde irgendwann mal die ganzen alten auch zeigen. So, der Tempel und, äh, von Atalay und so weiter und so fort. Ja, kennt ihr wahrscheinlich in- und auswendig. Die, die es noch nicht kennen, die können sich drauf freuen. Und, äh, ja, bye bye. Tschüss! Viel Spaß euch noch! Tschüss!